Und willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschafts-Semulator 2015 Gold E2 In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir warten da ein bisschen nach, dass der mal hier voran macht, dass wir hier weiter einsehen können und wir sind immer noch daran überlegen, wie wir am besten an Geld kommen jetzt. Ich war ja schon gerade eventuell mit Axtstützen und so, da bin ich ja für den Preis anwarten. Und ich bin gerade fertig. Und dann ist der Deutsche auch so weit, dass wir hier abwerfen können. Nein, nicht seh. Ich fahre mal, ich spreche nicht mehr. Nütze, ja. So, so. Ein Rad. Wir fahren mal kurz zusammen, also sie müsste jetzt gleich fertig werden. Tja. 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 ein bisschen leaveter fahren muss ich aber leider, äh fertig... ja, doch wie fertig gehabt sind schon durch. So jetzt... blöd. Naja da macht man nichts dran, muss nicht nur halt durch irgendwie geg entonces nichtажtchen. Tja. Tja. Das war's. so brüllen wir denn nun sieht man so wenig das ist ja nichts in dem Fall das habe ich ja minimalis von fassen nicht bisher dann verwachten müssen weil wir inzwischen mit dem spüreisen auf jeden fall in das die frische gaste rein und das will ich dann nicht mehr verhindern ich habe noch die dünnplätze naja kann ich noch hin nach wie aus gerade so war der was wir nicht überlegen wir später mit dem pferd an die macher wenn man fast durch eine große maschine haben sind die zu klein sein und haben auch vom gewinn ja kein großartig besonders großen ertrag ich weiß noch nicht was wir machen müssen mal gucken überlegen so was man kann auch machen dass er die zwei sprung da fertig hat so was machen wir jetzt dazu dermaßen hat nichts mit dem die 1 überballen noch ein jahr angenommen hat immer zu auf 1 4000 zurück schrumpen dann irgendwann kann von einerseits net liegen ich habe gestern mal ausprobiert ist also gestern dem sinne freitag ohne woche letzten freitag dann war ich immer wieder sonst ist es auf alles raus geholt am ort bis auf den schied geld schied mod manche fünf millionen kohlen kann aber auch hauptsächlich um halt mal auszuprobieren und hat die krone prima und dennoch wird geht dann auch 4000 runter nach dem spiel gesichert wurde sich einfach mal direkt auf die 5000er ballen machen obwohl sie gerne hätte dann bringt nichts die auch wieder auf 4000 runter und da habe ich tausend liter um weg geschmissen sozusagen und hätte alle vier ballen hätte ich noch ein ball dazu das sehe ich auch mit ein nach dem her noch erst mal hier so macht man den rad abtanken jetzt noch wie viel gas wir dann jetzt im speicher haben das transport mission ich wünsche vor der hier wenn sie auf den hängern hier arbeiten arbeiten kann die anderen start der meter schick in der freude zu hoch da ich dann immer probleme finden und dann hier hast du den scheiß kleinen hängelchen rumzufahren das ist nicht das wahre aber erst mal hier jetzt fertig machen auch gleich schnell fertig kann helfen helfen wir uns mit anderen aufgaben ich weiß zwar noch nicht wach aber einheitlich böser stein böser stein verschwinden dann wird einmal hoch und einmal runter sein und wirklich passen ob ich es mag da ist schon auch möglich vielleicht noch eine spure eine spur schau schitter die klinischen einfach mal gerade jetzt direkt hoch zum großen raps fährt da müssen wir von oben anfangen da der ja weil der steckler vom ende wir müssen am kürzesten anfangen mit dem rest den rest wieder erkennt ja soviel dazu dann halt gucken abbrachten abbrachten gucken aber in der letzten fall haben wir schon mal große schritte gemacht so ist es nett dass ich die bau mit spüren muss später muss na super mit herz auf alle schön nichts mehr muss ich mal einsteigen Moment mal, gerade. Ja. Und geklöffelte. Alles über... ...ne rüber. Quatsch. Jetzt kann ich den Hälfer reinhauen. So. Herzlich geht's bitte wieder an. Das hat natürlich kein Tor. So. 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 Zum Glück nehmen wir stehen. Ich sprach über das Mikro auf, was ich da angezeigt habe. Ich hab es irgendwie geahnt, dass es leer wird. Absenken wäre intelligent. Das bringt wirklich viel bringen. So. Nun nimmt doch alles mit. Geht weiter rechts. Links. Da bist du jetzt, sag mal, schmutzgebegal, das ist jetzt nicht zu dramatisch. Wie ein paar Liter kann ich gut und gern verzichten. So. So. Ich hab das schon mal so gelockt. Ich hab das schon mal so gelockt. Ja. Schon wieder. Ich bin noch zwischendurch. So. Das hat nur Wachen dieser Zeichen, um zu sehen ist. Gemeinheit. So. So. Wir gehen nur grad schnell weiter. Wir gucken einmal gerade. Was wir jetzt im Gästenlager haben. Okay. So. 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 celui Pues. So. 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 auch passen am bonnage ich wollte hier den händler ich habe zu hier stehst du gut das ist wunderbar immer mehr das ist noch ein bisschen mehr zahlen investieren das können was Das lässt sich ja noch handeln. Ich brauche... Ich brauche... genau, die Karte brauche ich. Dann einmal bitte zum Anschlagplatz. Dann machen wir wieder auf 2 Minuten runter. Kein Super FIFA... Was war die Scheiße denn? Wo muss man jetzt mal an den Geld kommen? So eine Scheißwürde Sache jetzt. Ah, mit Ernte reiß. Einfach rein. Warten wir gar nicht, ob es 3 Uhr vorlaufen. Dann müssen wir uns in irgendeine andere Beschäftigung suchen, auf jeden Fall. 3 Uhr. Fertig. So. Ach, jetzt machen wir 2 Liter. Und wir 2 Uhr wieder mit da. Grafs machen wir auch mal ein bisschen ab. Ja, vielleicht kommen wir einfach mal den Grafs nochmal gleich weg. Ok. Was wollen wir jetzt machen? Schnappen uns auf Mähwerk. Relalwagen. Ich fahre zu BGA und da ein bisschen Silage machen. Oder versuchen wir das zumindest. Wer das Väter durch hat, wird ja noch ein bisschen dauern. Wir können es ein bisschen schon machen. So, BGA geht's da rüber genau. Fangen wir grad einfach über die Brücke. Und dann da den Weg und einfach bis zur BGA schon ein bisschen mehr. Damit der hier auch voll wird. Oh, ist so weh ich, ne? Seh ich gerade. Hu 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 hu. Das könnte Ärger geben. Eventuell. Könnte, muss aber nicht. Problem ist, hier habe ich überall Bäume stehen. Kann ich nicht nur ein bisschen mähen. Aber ich habe doch hier das Kilometer. Kilometer fällt von der Mission. Das könnte ich eigentlich theoretisch benutzen. Guck mal, da kann ich mit einem nochmal komplett abmähen alles. Guck mal, da kann ich mit einem nochmal komplett abmähen alles. Guck mal, da kann ich mal wieder auf. Ach, damit ich fahre ich auch nicht auf als hier. So, hin und her quer. So, dann das hier auch noch. Bei mir. Ja. Das macht gerade. Das ist auch noch hier auch nicht verwendet. Guck mal, das ist auch noch nicht verwendet. Wie braucht es? Ja. 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 Hier wird es schnell vor. Da haben wir jetzt schon zig Lagengasse drauf liegen. Da war ja ein kleiner Faktor für uns. Und hier haben wir auch ein bisschen beim Sitzen, wenn ich mal immer das Tier fertig haben. Ja. 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 Was ist schon? Ist doch nett. Ja, ihr habt nur Zeit, dass wir vorbei freut. Hundert mich schon, dass es mir so schnell ging. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut doch morgen wieder ein zu einem neuen Folge von Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 Gold Edition. Bis dahin. Ciao.